Wie ihr alle wisst, nutze ich einen Ikea-Lack-Enclosure für den Prusa i3, um meine ABS-Teile zu drucken. Das war damals, zur Zeit, als ich die Voron-Teile drucken wollte, noch ganz okay und ich habe auch zwischendrin sehr, sehr viel Kritik bekommen, dass es angeblich nicht funktionieren würde in dem Drucker. Diese Kritik mal beiseite geschoben, ist dieses Enclosure echt ein Platzfresser. Das heißt also, das Ding braucht ewig viel Platz und sieht auch nicht wirklich gut aus, wie ich finde. Und deswegen werden wir uns heute Abend im Stream mal darum kümmern, den Prusa wieder da rauszureißen und dann in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen mal was komplett Neues zu bauen. Wer also nicht verpassen will, was da passiert, der schaut mal heute Abend um 21 Uhr auf Twitch vorbei. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und natürlich werden die Livestreams dann, nachdem sie auf Twitch ausgestrahlt worden sind, auch auf YouTube zur Verfügung stehen. Von daher abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und in diesem Sinne heute ist allein Happy Printing. Bis heute Abend. Ciao.